Wir haben das Hagelregister neu unter dem Label Schutz vor Naturgefahren. Sie können da eingeben, Hagelregister, hagelgeprüfte Bauteile und können die kompletten Materialien der Gebäudehülle abrufen. Sie finden alles, Sie können die Klassierung eingeben, welchen Hagelwiderstand Sie gerne hätten. Sie können auch eingeben, dass Sie auch widerstandsfähigere Produkte haben. Vielleicht gibt es ja noch etwas Besseres. Und dann kriegen Sie eine ganze Liste, in diesem Fall hier von Lichtkuppeln, welche Ihre Anforderungen erfüllen und welche keinen Schaden nehmen beim Hagelereignis, das Sie ausgewählt haben. Wir haben die Materialien für die ganze Gebäudehülle. Wir prüfen sie an sieben Prüfstellen in den drei Ländern und führen gemeinsam ein Register. Es gibt keinen Grund, nicht Hagel festzubauen.